tja ich bin auch noch ein familienmitglied schön dass sie hier seid auf der seite es gibt woanders so viel hass und so viel hetze es macht einfach keinen spaß mehr irgendwo zu sein so wirklich findet ihr nicht auch ich wollte eigentlich auch mal so allgemeine themen aufschnappen habt ihr mal irgendwie wünsche oder so irgendwas was ich vielleicht gefallen würde was ich so für themen sage ich mal ansprechen könnte was ich vielleicht interessieren könnte wo man sich mal austauschen könnte die netzwerke sind so langweilig geworden ich fühle mich da überhaupt nicht mehr wohl kannst du schreiben was du willst und es ist auch so ausgelutscht weißt du wenn du da irgendwo was schreibst und dann kommen 1000 leute und immer denselben hass immer dieselben boshaftigkeit macht doch keinen spaß mehr ja ich habe letztens zu meinem partner gesagt weißt du am liebsten würde ich alles abmelden computer alles abmelden und nur noch den fernseher und das radio wieder war so wie früher ja ehrlich ich habe wirklich die faxen so dicke davon kann man sich das vorstellen macht einfach keinen spaß mehr gibt bestimmt viele unter euch die ähnlich sehen diesen hass kann diesen hass nicht mehr ertragen ich kann diesen hass nicht mehr ertragen du kannst so schreiben kriegst du eine hass botschaft oder du schreibst anders kriegst du auch wieder eine hass botschaft ja und sehr subtil immer diese diese profile ja das ist ja immer dasselbe immer dieselbe aufmachung immer dieselbe subtile art menschen niederzumachen